Und dann habe ich halt angefangen und wollte irgendwie nicht wieder aufhören. Typischerweise machen wir Klimastreiks, das ist das, wofür FF bekannt ist. Und wir wollen Halle ein bisschen bunter und grüner machen. Eigentlich versuche ich mich überall einzusetzen, wo ich etwas bewegen kann. Das ist meine Natur so. Und diese Projekte beschäftigen sich halt oft mit Vielfalt und Weltoffenheit. Und das sind auf jeden Fall auch wichtige Punkte. Ich finde es super, mit Leuten zu helfen, die gerade auf Hilfe angewiesen sind. Und deswegen ist es immer lustig und kreativ hier zugange. Ja, es war ein schönes Gefühl. Und man hat die ganze Zeit irgendwie auf diesen Tag hingearbeitet. Und dann war er da und dann könnte es losgehen.